Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der Mission Throwdown. Mit mir immer gleich. Ja, wir gucken mal hier jetzt rein. Wir haben hier eine neue Challenge. Und die Challenge ist die Burger Boss Challenge. Schauen wir mal rein. So, die habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. So sieht die aus. Und da gab es dann auch schon wieder einen Mega-Bug irgendwie scheinbar. Also, der wohl inzwischen schon gefixt ist. Da sind wohl einige Leute an Mythics rangekommen. Schauen wir doch mal ganz kurz hier rein. Wie sah es aus? Moment. Also, weil ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. 4.293. Jo. Und das dafür, dass man... Also, wir kämpfen jetzt mal. Und dann schauen wir mal. Ich bin mal gespannt. Wir machen das jetzt mal. Was kommt bei der Burger Boss Challenge raus? Kämpfen. Die enemy Boss gets harder and harder, the higher level you get. Okay. Bin ich gespannt. Schauen wir mal, was passiert. So. 15. Ja gut. Also, da brauchen wir glaube ich nicht. Kommen wir das uns einmal durchlaufen? Na, da kommt uns. Steve, okay. Also. Das erste Mal. So. Ganze 100. Ja. Toll. Joho. Beide kämpfen. Skippen wir uns einfach mal schnell durch. Mr. Front. 520. So, drei Stück habe ich noch. Dreimal kann ich noch mich durchskippen. Und dann werden wir hier auch schon durch. Bänder. So, schon 800. Noch zwei Stück. Zwei Stück kann ich noch machen. Katana, Trisha, Katana, Katana. So. Und das ist dann jetzt wohl der letzte Kampf, den ich machen kann, so wie es aussieht. Ich probiere es dann auch einfach nochmal. Weiß ich nicht, wie das funktioniert hat. Keine Ahnung. So, ich drücke jetzt einfach nochmal da drauf. Gucken wir mal. Okay. Also. Bis zur Auffüllung. So. Jetzt habe ich 1853. Ich habe die gleiche Punktzahl wie alle anderen. Okay. Okay. Auch 4293. Das ist also die normale Punktzahl. Okay. Ich könnte mich da jetzt, was weiß ich wohin. Schauen wir uns mal die Belohnung an. Also irgendwie scheinen die Zahlen, die Werte hier doch korrekt zu sein. Aber irgendwie gab es da wohl was mit Mythic Stones. Dann schauen wir mal hier rein. Klasse 11. Klasse 10. Also von den Punkten her scheint es wohl korrekt zu sein. 250, 300, 300, 375, 400, 500, 75 und dann geht es hier bis zu 300 Mythic Stones. Hier gibt es Meilensteine. Hier gibt es Meilensteine. Okay. 150. 150. Also bis zu 150 Mythic Stones gibt es dann hier. Ja. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was dann letzten Endes bei rauskommt. Und ja, also es hieß ja, so eine Art Swole Club soll das sein. Damit hat es jetzt nicht so wirklich viel zu tun. Ich bin eigentlich ganz, ganz froh drum, dass es jetzt nicht während dem Rumble ist. Also jetzt kommt ja der Rumble wieder. Und dann haben wir wieder Siege. Und wenn dann jetzt noch ein Swole Club gewesen wäre, wäre wieder alles über einmal. Also insofern, ja, der Oberbringer ist es jetzt noch nicht. Aber wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben soll. Und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Animation Throwdown mit mir, dem Herrn, gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.